ok leute seid ihr bereit fast bear fever alle auf 10 die sind alle jetzt vorher waren die alle auf medium jetzt auf schwer und gleich sind die dann auf ultra schwer alle jeder einzelne bruder überlasst mich hat noch mehr so weit ich weiß es sogar bei 10 20 so dass danach hier mit das heißt ist das sogar ich bin tot ich hab die aufgedreht und dann mittendrin genau spiel hier das kriegst du spiel zwei morgens es ist bin es nur ich oder geht die zeit gerade voll schnell vorbei situation ihr seid in diesem raum ja in der mitte steht so ein fuchs hier flasht ihn an ihr müsst so kurz aufladen lädt so drei viertel auf ja links ist so ein huren so ein kind ja jetzt sieht die maske an ihr warteten will nicht dann geht aber so die musikbox so runter ist schon fast nur bei nur noch ein viertel ja die runde noch weg glück denkst du okay alles gut rechts wird keiner sein ich lebe wieder auf und weiter geht's dann guckt ihr nach rechts auf einmal ist da weitere huren sohn der dich anglotzen will deine zeit verschwenden will und während du das bemerkst ist das halt schon weniger als ein viertel was machst du was machst du erklärt es mir was soll ich da machen ich glaube dass sie werde ich noch schaffen aber ten training glaube ich persönlich nicht dran ich werde so sachen bauern bauern oder bauen wenn ich bauen ich hatte mal lange ist aber ewig her dass sagen alle jeder sagt das selbst chris sagt das alter schon wieder wieso wieso alter warum ist dieses spiel so verbar ich habe keine lust mehr als ich darf das sagen es ist mein screen ich bin gut in dem spiel ok ich bin gut in dem spiel ok ich bin gut in dem spiel ok während der schoss ich habe die fucking wütze benutzt aber der wutzend wolse wollte dich nicht adressen gehen alter goldenberg glück den sch ... Was mach ich? Ich wollte gerade sagen, was, ich lebe noch? Nee, das Spiel teased mich nur ein. Ich war viel zu langsam mit Chica, viel zu langsam. Leute, fragt mich nicht, was da los war. Meine Maus wieder langsam, super. Aber die hat wirklich gerade einen No-Job zu schnell. Ich auch noch nie. Die Jumpscaer mich erst, wenn ich die Mütze wieder rausziehe. Warum das? Was war das denn? Ich bin tot, 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 Ich kann eigentlich nur empfehlen, nach rechts immer als letztes zu gucken, weil rechts kann ja nur Toy Bonnie kommen. Oh, ich hab verkackt, weil der Hurensohn so spät kommt. Was soll ich denn machen, wenn er... Richtiger Hurensohn. Oh, ich bin tot, Minigame, super, ich hab Spass. Get ready, okay, ich bin ready, ich bin ready. Ready. Go, 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 go. Go, 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 go. Oh mein Gott, ich bin schnell, oh mein Gott, oh mein Gott. Hab's geschafft? Yay! Ich bin krass, Alter, bam. Okay. Okay, weiter geht's. Nächstes Level. Okay. Go, 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 go. Oh mein Gott, ich bin voll kass. Ich bin voll krass, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Wer then teilt kommt mit ein Foxy Jumpscaper. Jetzt beim dritten Mal oder so. oh mein god da ist der typ der das kind umgebracht hat und er hat die anderen gebracht so nein ja die anderen kinder um heifach zu fack das das war knapp aber ich habe es noch geschafft also ich sollte es noch geschafft haben ja die kann bis dich bitte was zum fick warum kennt er mich warum warum hat er mich jetzt gekillt kann mir das bitte jemand verraten ich wollte gerade raus geht er gilt mich kann mir das bitte ich meine kran warum hat er mich jetzt gekillt war ich zu lange in der camp hey Oh, fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, was soll ich denn? Mann, was soll ich denn dagegen tun? Sag mir das doch bitte einfach jemand. Cuter als Monica. Fickt euch. Nein, ich bin tot. What the fuck, was hab ich denn? Maus? Warte, man sieht mich grad nicht. Oh, fuck. Bedankt euch an diesem Stück Scheiß, ja sch... Ich vergesse mal, dass man mich gar nicht sieht, wenn ich, wenn ich sterbe. Ich kann das gar nicht mehr einschätzen, wenn jemand im Band weg ist. Ich dachte immer, man kann das durch den Zaun hören, aber... Seit ich die Challenges spiele, habe ich keine Ahnung, wer war ein Bär weg. Ja, komm doch, Hurensohn. Bin ich schon tot? Ich bin schon tot. Nein, Schreck, wir können das doch nicht in Andys Zimmer machen. Ich kenne sehr viel Hardcore. Im Spiel! Sorry dafür. Nein, danke, ich habe auch Hardcore-Games. FNAF 2 ist nicht das einzige Hardcore-Game, was ich habe. Ich kann auch Dark Souls spielen. Und ich habe Dark Souls auf das Switch, also Dark Souls wie Martha auf das Switch. Mein Vater hat Dark Souls 3. Und ich kann die Spiele von meinem Vater anders spielen. Dark Souls 2 haben wir nicht. Was haben wir noch Hardcore-Games? Das habe ich schon durchgezockt. Würde ich auch sagen, gehört zu Hardcore-Games, oder nicht? Ähm, ich habe Meat Boy. Das ist, glaube ich, auch ein Hardcore-Game so. So, Mangle ist jetzt da, ne? So, aber jetzt bin ich im Office. Ich habe die Maske auf und sie ist schon weg. Das ist absolut kein Problem. Ich verstehe nicht. Es gibt Leute, die haben mit ihr Probleme. Leute, das ist die easy, okay? Ich finde sie easy. Ich darf sie easy finden. Ich habe eine Meinung. Und wir leben in Deutschland mit einer Meinungsfreiheit. Okay, beide Hohensonne sind da. Immerhin. Da muss ich nicht auf alle einzeln warten. Immer erst mal gucken, ob nicht noch ein anderer Hohensonne da ist, Leute. Das ist wichtig. Guter Tipp an euch. Max, was, wie, wie beträgt der Hohensonne-Counter? Welche Zahl beträgt er? Ich habe nicht nach links geguckt. Ich bin tot. Warum lebe ich noch? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, cringe, ey. Ist weg. Gut. Ich werde gefickt. Ja. Hätte ich jetzt voll aufgeladen, hätte mich toll für die wahrscheinlich eh wieder instant gekillt. Weil er das lustig findet. Niemals voll aufgeladen habe ich jetzt gecheckt. Sonst kommt das Toy Freddy. Blöd. So. Cheek, äh, Mangle ist gerade da. Ist weg. Gut. Es ist zwei Uhr morgens, guys. Oh mein Gott. Oh mein fucking. Jesus. Das ist so. Burund und Counter 15. Fick dich, Mücke. Fick dich, Fick dich. Fick dich. Ich würde dann zuletzt empfehlen, weil es mega guten Thunderkarten auch schwer ist. Vor allem wenn man 100% will. Ja, ich bin 100% collector nämlich am Arsch. Okay, nice, nice. 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 3 Uhr morgens. Nice. Nice, nice, nice. Und Jump'n'Run. Okay. Was für eine Art Jump'n'Run. Jetzt nicht sowas wie Mario, oder? Super Mario. Super Mario Brothers. Super Mario Brothers Super Show. Super Mario Brothers Super Show. Warum ist es so ruhig? Super Mario Brothers. 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 soweit ich weiß gibt es auch einen tastenkombinat zu womit man möchte skippen kann dachte hatte ich gewinne es mal kurz die huren so ein ohr beide huren sonne sind da ok perfekt 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 nice nice fünf morgens fickt euch alle ins knie fickt euch alle ins knie fickt dich ich schaff das fickt euch ich schaff das jetzt fickt euch fickt euch alle fickt dich das mundgeruch wo die sahen seien 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 wenn ich jetzt noch verreckt hasse ich mein leben mein flash halt geht gleich aus sie hat nur noch einen balken aber das sollte kein problem sein denke ich bitte sechs uhr morgens sechs uhr morgens du mal fucking erst dich leckern meinem fucking mittelfinger du huren ich will es nicht hören so leute was haben wir dafür bekommen jetzt jetzt sehen wir den dummen preis der sich nicht gelohnt hat geil und wasser mikrofon ich habe dafür ein fucking mikrofon bekommen all right warum nicht ne kann man machen